Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem heutigen Video. Draußen tobt ein Schneesturm und die Welt geht gerade unter, es pustet tüchtig und da habe ich mir überlegt, ziehe ich mich zurück in meinem Arbeitszimmer und werde Ihnen ein Video zum Thema berufspädagogische Zusatzqualifikation in der Praxisanleitung machen. Mein Name ist Patrick Colored und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberuf. Herzlich Willkommen zurück. Schön, dass Sie wieder dabei sind und eingeschaltet haben. Für wem ist diese Weiterbildung geeignet? Sie sind examinierte Pflegekraft und arbeiten im altenpflegerischen Bereich oder im Krankenhausbereich oder im Bereich der Kinderkrankenpflege oder Sie sind OTA, also Operationstechnische Assistentin Assistent oder Anästhesie-Technische Assistentin Assistent und haben mindestens eine einjährige Berufserfahrung in dem Bereich, wo Sie tätig sind. Dann haben Sie die Zugangsvoraussetzungen für die berufspädagogische Zusatzqualifikation in der Praxisanleitung formal erreicht. Ja, aber was gehört da eigentlich noch dazu? Sie brauchen Motivation und Engagement im Bereich der Anleitung. Macht es Ihnen Freude, macht es Ihnen Spaß als Lernbegleiter, Lernbegleiterin für Auszubildende tätig sein zu wollen, zu beobachten, wie sich Auszubildende entwickeln, Sie darin befähigen, neue Tätigkeiten zu erlernen und Kenntnisse zu entwickeln? Dann ist die Weiterbildung etwas für Sie. Ja, die berufspädagogische Zusatzqualifikation hat sich etwas verändert mit dem neuen Pflegeberufegesetz. Ursprünglich war sie mal 200 Stunden lang. Nun hat sich das insgesamt auf 300 Stunden erhöht. Ja, die Weiterbildung in der Praxisanleitung ist modulartig aufgebaut. Hier muss man aber wiederum schauen, in welchem Bundesland machen Sie diese Weiterbildung. Da ich in Niedersachsen tätig bin, orientiere ich mich an der Landesschulbehörde Niedersachsen. Aber die Weiterbildung kann natürlich auch im Rahmen der DKG, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, umgesetzt werden. So verändern sich die einzelnen Module. Was immer gleich bleibt, ist letztendlich sind die 300 Stunden, die Sie umsetzen müssen, um eben halt als Praxisanleiterin tätig sein zu können. Ja, mit dem neuen Pflegeberufegesetz sind auch mehr Aufgaben an die Praxisanleitung geknüpft. Das heißt also, der Verantwortungsbereich Ausbildung im Praxisbetrieb hat nochmal eine deutliche Aufmerksamkeit bekommen und auch eine deutliche Verantwortung mehr bekommen. Ja, hier muss man differenzieren, aus welcher Berufssparte Sie kommen. Wenn Sie aus dem OTA, ATA-Bereich kommen oder aus dem Rettungsdienst kommen, ist es hier nicht vorgeschrieben, dass Sie 300 Stunden im Rahmen der Praxisanleitung eine Weiterbildung machen. Hier können Sie theoretisch nach 200 Stunden die Weiterbildung beenden. Für Pflegekräfte, Pflegefachmänner, Fachfrauen, aber auch noch der Altenpflegerische Bereich, Kinderpflege und eben halt auch aus der Krankenpflege oder Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege gilt hier tatsächlich die 300 Stunden, die umgesetzt werden müssen. Ja, in Niedersachsen sind es insgesamt acht Module, die ineinander abgeschlossen sind und eben halt nacheinander aufgebaut sind und ich stelle Ihnen die einzelnen Module kurz vor, um vielleicht das Interesse bei Ihnen zu wecken, diese Weiterbildung umsetzen zu wollen. Ja, ich persönlich habe die Weiterbildung ursprünglich gemacht, da gab es noch die Mentorenausbildung. Ja, die Mentorenausbildung hat nicht mehr gereicht und dann musste ich dann nochmal auf die 200 Stunden etwas draufsatteln, um die Praxisanleiter Weiterbildung umzusetzen. Ja, jetzt sind es 300 Stunden. Keine Sorge, liebe Praxisanleiter, Praxisanleiterinnen, Sie haben eine Besitzstandswahrung und müssen jetzt nicht aufstocken um 100 Stunden, um Ihre Tätigkeit auch weiter umsetzen zu können. Das heißt also, Sie haben hier eine Besitzstandswahrung. Kommen wir aber nun zu den Modulen, die inhaltlich abgeschlossen sind und nacheinander aufgebaut sind. Welche Inhalte gibt es hier und was wird hier vermittelt und unterrichtet? Kommen wir nun zum Modul 1. Ja, im Modul 1 dreht sich alles um das berufliche Selbstverständnis. Sie sollen ein Selbstverständnis entwickeln können, welche Tätigkeiten es so in der Praxisanleitung gibt. Aber Sie müssen sich in Ihrer neuen Berufsrolle auch zurechtfinden und auch für sich erkennen, welche Aufgaben gibt es eigentlich in der Praxisanleitung und wie kann ich die Praxisanleitung im Team, im Unternehmen auch letztendlich darstellen und wie kann ich sie auch nach außen hin transportieren, um die Wertigkeit von Praxisanleitung und Ausbildung im Betrieb zu vermitteln. Das berufliche Selbstverständnis. Kommen wir nun zu Modul 2. Ja, Modul 2 heißt Kooperation und Zusammenarbeit mit dem Träger und der Schule. Also hier wird alles darüber erklärt und erläutert, welche Aufgaben sind den Praxisanleitern und den Trägern zuzuordnen und welche Aufgaben und Inhalte haben denn Schule inne und eben halt wie soll die Kooperation und die Zusammenarbeit zwischen Träger und Schule aussehen. Ja, hier gibt es unterschiedliche Modelle, zum Beispiel an Praxisanleitertreffen, daran teilnehmen. Dann kommt Schule aber auch in den Betrieb zu den sogenannten Praxisbegleitungen und Praxisbesuche. Welche Aufgaben haben hier Praxisanleiter? Es sind ja die Experten vor Ort und letztendlich auch die Experten in ihrem Bereich. Ein Lehrer kann eben halt ja nicht alle Bereiche kennen und sich hervorragend auskennen, wo der Schüler so eingesetzt ist. Das heißt also, Schule ist abhängig von Praxisanleiter. Ich nenne sie immer gerne Kollegen in der Praxis, also der Lehrer im praktischen Betrieb vor Ort, der mit dem Auszubildenden Unterricht am Pflegebett umsetzt oder in welchem Bereich auch der Praxisanleiter immer eingesetzt ist. Lernort Kooperation zwischen Träger und Praxisanleiter. Ja, dann ist das Modul 3 bei uns eben halt die praktische Ausbildung planen und gestalten. Hier ist eine neue Aufgabe an den Träger herangetreten. Er soll nämlich die praktische Ausbildung von seinem Auszubildenden strukturieren und planen. Hier ist der Träger für zuständig. Das heißt, der Auszubildende muss ja rotieren durch unterschiedliche Bereiche. Im Orientierungseinsatz befindet er sich zunächst bei seinem Träger und dann geht es ja in die unterschiedlichen Einsatzbereiche, wie zum Beispiel akutmedizinischer Bereich, innere Medizin oder eben halt in die Chirurgie. Dann muss er aber auch in die Pädiatrie oder auch in die Psychiatrie. Und hier müssen die unterschiedlichen Einsatzorte entsprechend des Rahmenlehrplans und dem Pflegeberufegesetz organisiert und geplant werden. Ja, wie wird das geplant? Wie ist eigentlich die Pflegeausbildung aufgebaut? Und wie kann der praktische Einsatz strukturiert geplant werden in der Gruppstruktur? Und natürlich muss auch nochmal überprüft werden, wie die Planung gelaufen ist, also im Rahmen der Evaluation. Hier kann man natürlich auch nochmal eine Spur kleiner gucken. Der Auszubildende kommt in Ihrem Bereich. Und wie wollen Sie jetzt die Zeit, die er bei Ihnen verbringt, mit dem Auszubildenden planen? Das heißt also, welche Gespräche sollten hier laufen? Strukturieren Gespräche einen Einsatzraum? Zum Beispiel das Vorgespräch, Zwischengespräch, Abschlussgespräch. Dann ist hier auch thematisch inhaltlich die Lerndiagnostik wichtig. Wann macht das auf neuronaler Ebene Sinn, den Auszubildenden mit Lernaufgaben zu belästigen oder eben halt zu fördern und ihn darin zu unterstützen? Genau. Und hier werden unterschiedliche Methoden und Möglichkeiten in dem Modul vorgestellt, wie Sie einen Praxiseinsatz planen können, wie Sie durch Gespräche strukturieren können und wie Sie mit Lerndiagnostik auch Ihren Auszubildenden kennenlernen und gucken, worin ist sein Unterstützungsbedarf gegeben? Wie kann man ihn darin unterstützen und befähigen, neue Kompetenzen auch letztendlich zu entwickeln? Ja, kommen wir zum Modul 4. Modul 4 sind Anleitungsprozesse und Lernprozesse zu gestalten. In der neuen Pflegeausbildung ist es ja so, dass der Praxiseinsatz 10% davon soll organisiert und strukturierte Anleitung sein. Also gezielte Anleitungssituationen darstellen und diese gezielten Anleitungssituationen müssen ja pädagogisch didaktisch entwickelt werden und hier muss erstmal überprüft werden, welche Lernangebote kann ich erteilen in meinem Fachbereich, wo ich tätig bin. Und diese Lernangebote müssen natürlich dann auch pädagogisch didaktisch in eine Struktur kommen, wie möchte ich gerne vorgehen in den jeweiligen Anleitungsverfahren, wie möchte ich das umsetzen und eben halt auch planen und entwickeln. Das sind die Inhalte aus dem Modul 4. Ja, kommen wir nun zum Modul 5. Modul 5 umfasst alles, was in der Praxisanleitung an Kommunikation stattfindet. Welche Gespräche sind im Rahmen der Praxisanleitung möglich? Ja, sie können Entwicklungsgespräche führen, Lernstandsgespräche führen, aber es können auch mal Konfliktgespräche sein oder Krisengespräche sein, auch die jeweiligen einzelnen Gesprächsbausteine, Vorgespräch, Zwischengespräch, aber auch das Beurteilungsgespräch. Die komplette Interaktion zwischen Menschen und Kommunikation sind hier thematisch inhaltlich gegeben. In Modul 6 dreht es sich alles um die Beurteilung. Lernstandsorientierung und Lernstand wird hier überprüft. Also Prüfungen sind hier thematisch inhaltlich gegeben. Wie finden Bewertungen statt, Benotungen statt? Gibt es Gewichtungen, Taxonomien zum Beispiel, Anforderungsbereiche? Wie wird bewertet, benotet? Wie läuft die praktische Prüfung ab? Wie kann man einen Praxiseinsatz bewerten? Ja, welche Kriterien gibt es für eine Bewertung? Genau, und das ist der große Part, denn Sie als Praxisanleiterin, das war ursprünglich in der Altenpflege anders, sind auch Prüfungsmitglied. Also das heißt, Sie nehmen mit dem Lehrer von der Schule die praktische Prüfung ab und geben unabhängig voneinander ihre eigenständige Note für das praktische Examen. Im Altenpflegerischen Bereich war eben der Praxisanleiter nur beratend tätig und durfte eine Empfehlung aussprechen. In der Gesundheits- und Krankenpflege war das schon recht lange oder immer so, dass auch Praxisanleitung eben halt ein vollwertiges Prüfungsmitglied ist und unabhängig von Schule seine eigene Note entwickelt. Ja, mit dem Modul 6 ist in Niedersachsen sind dann auch die 200 Stunden abgeschlossen und hier ist eben halt jede Weiterbildungsstätte auch sehr unterschiedlich. Also die OTAs und ATAs können dann hier mit einem entsprechenden Abschluss, Abschlussprüfung, also hier auch unterschiedliche Weiterbildungsstätten, die da eben halt unterschiedlich verfahren. Manche machen eine praktische Prüfung im Betrieb, wo eben halt eine Praxisanleitung umgesetzt wird und hier wird der Weiterbildungsteilnehmer dann durch eine Lehrkraft eben halt überprüft. Es kann auch mündliche Prüfungen eben stattfinden oder eben halt schriftliche Prüfungen stattfinden. Ein Lernportfolio ist auch möglich, dass eben halt alles niedergeschrieben wird, welcher Lernzuwachs hat stattgefunden anhand der jeweiligen einzelnen Module und das dann in Form einer schriftlichen Hausarbeit dann entsprechend abgegeben werden. Das heißt also, hier muss man schauen, an welchen Bildungsträger, an welcher Weiterbildungsstätte mache ich die Weiterbildung und wie sind dort die Prüfungsvoraussetzungen. Hinzu kommt aber auch, dass letztendlich die Module in sich abgeschlossen sein sollen. Darauf bin ich hier noch gar nicht eingegangen. Das heißt also, die jeweiligen einzelnen Module haben auch unterschiedliche Stunden, die darin verteilt sind. In Niedersachsen ist es so, dass ab Modul 6 die 200 Stunden voll sind und sich vielleicht sogar einige Teilnehmer aus dem OTA, ATA-Bereich oder aus dem Rettungsdienstbereich sich dann verabschieden und der Kurs nur mit Pflegekräften dann weitergeht, denn die brauchen ja die 300 Stunden. Manche Teilnehmer sind aber so interessiert und motiviert, dass sie den kompletten Kurs machen, also die insgesamt 300 Stunden auch letztendlich umsetzen. Im Modul 7 geht es um Spannungsfelder. Also der Praxisbetrieb und eben halt auch vielleicht in Kooperation mit Schule, da kann es schon mal zu Spannungen kommen, zu Reibereien kommen. Auch vielleicht die Wertigkeit von Praxisanleitungen ist vielleicht nicht von allen so gesehen. Es gibt neue Anforderungen an den Praxisanleiter und aber auch an die praktische Ausbildung. Hier sind besondere Anforderungen auch an Träger geknüpft, dass er das gewährleisten muss, dass praktische Ausbildung stattfindet. Die 10% müssen abgebildet werden, sodass der Auszubildende auch aufzeigen kann, dass er eine praktische Ausbildung erlebt hat. Im alltäglichen Umgang und in dem beruflichen Stress geht auch gerne oftmals Praxisanleitung unter. Oder im Team wird dann zum Beispiel eine Aussage getroffen wie, ihr seid doch zu zweit, dann müsst ihr ja doppelt so viel arbeiten. Oder ihr seid doch zu zweit, dann macht doch mal die Neuaufnahme, der Schüler muss ja noch lernen. Ja, aber es gibt eben halt pädagogisch-didaktische Modelle, wie gelernt werden sollte. Und hier wird differenziert auch nochmal geguckt, was sind situative Anleitungen, also im Mitlaufverfahren, schau dir mal an. Und was ist geplant und strukturiert, also gezielte Anleitungen. Ja, und wie ist es im Team, wie kann ich mich als Praxisanleiter behaupten. Und hier wird mal geguckt und analysiert im Modul 6, welche Spannungsfelder gibt es im Rahmen von Praxisanleitungen. Aber es ist nicht nur inhaltlich im Träger gibt es Spannung, sondern es gibt auch Spannung vielleicht zwischen Schule, also zwischen Schule und dem Träger. Dass es da unterschiedliche Wünsche, Haltungen und Bedürfnisse gibt, auch Vorstellungen es gibt. Und hier wird zunächst einmal die Spannungsfelder werden in Sozialisation, im beruflichen Umfeld überprüft. Ja, im Modul 8 ist es dann so, dass nicht nur eine Überprüfung stattfindet, sondern dass man sich mal Gedanken macht, welche Lösungsansätze gibt es für diese Spannungsfelder. Und wie möchte man da eigentlich mit umgehen und wie möchte sich hier in dem Bereich Spannungsfelder, auch Praxisanleitungen positionieren. Welche Haltung möchte Praxisanleitungen hier einnehmen, um eben halt Ausbildung, Tätigkeit im Betrieb auch entsprechend darzustellen und auch einzufordern. Ich hoffe, Ihnen hat mein Wissen kompakt für die berufspädagogische Zusatzqualifikation in der Praxisanleitung gefallen. Selbstverständlich habe ich Ihnen nicht alle Inhalte minutiös aufgelistet und vermittelt. Dementsprechend würde dann das Video unendlich lang werden. Sie denken ja daran, 300 Stunden ist der Inhalt der Weiterbildung. Also ich habe jetzt Ihnen einen groben Überblick eben beschrieben für diese berufspädagogische Zusatzqualifikation. Ja, mein nächster Step ist dann tatsächlich mit Unterricht vorzufahren. Und ich finde jetzt gerade im Anbetracht der Zeit, auch mit dem Lockdown und der Corona-Situation, stelle ich für mich fest, dass die Grundanspannung von meinen Kollegen, von mir selber, aber auch durch das lang andauernde Corona-Szenario, dass die Grundanspannung steigt. Und ich empfinde auch, dass so die Frustrationstoleranz von meinen Mitmenschen, aber auch von mir selber, deutlich sinkt. Und ich möchte gerne in meinem nächsten Video einmal eine Reihe, eine Serie Ihnen vermitteln zum Thema Stress. Denn vieles hat mit dem Thema Stress auch zu tun. Wie steigt die innere Grundanspannung? Was hat, welche Auslöser gibt es? Was passiert eigentlich im Körper bei dem Thema? Und ja, ich möchte Ihnen unterschiedliche Stresstheorien vorstellen. Das ist auch ein Unterrichtsinhalt von mir, ein Unterrichtsthema von mir in den jeweiligen einzelnen Ausbildungslehrgängen. Ja, also seien Sie gespannt auf das nächste Thema. Das Thema ist Stress, Stresstheorien, gerade jetzt zu Pandemiezeiten. Ich werde das Thema Angst auch mit einfließen lassen und dadurch, dass es sehr viel Inhalt ist, werde ich eine Serie daraus gestalten und Ihnen dann eben halt peu a peu aufbauend hintereinander einzelne Videos dann letztendlich auch drehen. Also, bleiben Sie gespannt, bleiben Sie am Ball. Falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie meinen Kanal. Und falls Sie das gut finden, was ich tue und umsetze, geben Sie mir doch einen Daumen hoch. Und ich wünsche Ihnen soweit alles Gute. Bleiben Sie gesund und bis nächsten Montag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Heavens gut. Bis zum nächsten Mal. tej rem